Ja, hejo zusammen und herzlich willkommen zum nächsten Part von Abzu. Es geht weiter. Habe ich meinen kleinen Roboterfreund noch? Wieso verliere ich durch diese Tore immer meine Roboterfreunde? Ich finde das nicht in Ordnung. Mittlerweile könnte ich so viele davon haben. Aber nein. Ich weiß nicht, können die da nicht durch oder was? Oha. Was zum? Ich mach gar nichts. Der macht das von alleine. Wow. Blauwale. Riesige, gigantische Blauwale. Und da kommt noch mehr. Oh Gott, das sind ganz viele. Wow. Da unten kommt noch was. Was ist das? Oh, was sind das? Das müssten wieder Buckelbale sein, oder nicht? Oh. Oh. Habe ich mich jetzt erschrocken? Oh Gott, das ist der absolute Wahnsinn. Leute, ich bin geflasht. Holy shit. Die tanzen. Sieht aus, als würden die mit mir tanzen. Was ist das? Oh, ich habe Angst. Ich habe Angst. Ich will das nicht. Was passiert, wenn ich da dran gehe? Kann ich mit denen interagieren, oder so? Heilige Scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Gott, tut mir sowas doch nicht an. Scheiße, habe ich mich erschrocken. Ich hasse das. Nein, geht weg. Geht weg. Wo bin ich hier? Was mache ich hier? Oh Gott. Nein. Fischskelette. Jede Menge. Fischskelette. Boah, ist das hart. Ich habe gerade ein ganz, ganz komisches Gefühl im Magen. Ich habe ein richtig fieses Gefühl im Magen. Oh Gott, wie soll ich denn da vorbeikommen? Da komme ich doch nie vorbei. Kann ich drüber weg? Wartet, ich versuche mal... Ne, ich glaube, da komme ich nicht lang. Oh Gott. Ähm... Ähm... Äh... Schnell. Nein! Ah, fuck. Äh. Au. Au. Was ist das? Lass mich mal gucken. Okay. Puh. Das, ähm... Damit habe ich die jetzt wahrscheinlich ausgeschaltet. Ja, es sieht gut aus. Aber da sind immer noch welche. Hier, da, so um die Ecke. Jede Menge. Ich habe ein bisschen... Oh Gott. Ich habe richtig Schiss gerade. Vor allem sieht man hier auch kaum was. Also man sieht irgendwie nicht sehr weit, finde ich. Ich kann meditieren. Aber ich weiß gar nicht, ob ich das hier will. Das ist... Oh Gott. Humboldt-Kalamar. Stimmt, Kalamari sind das. Gut, was haben wir hier sonst noch so? Das sind weiterhin Kalamari. Oh, die leuchten. Ein Blobfisch. Blobfische. Ich finde die voll cool, die leuchten. Ich glaube, jetzt kommen wir so in die tieferen Gewässer. Und erfahren, was da so unterwegs ist. Sind das Anglerfische? Ein Laternenfisch. Das müsste ein Anglerfisch sein, oder? Oh nein, nicht, nicht, nicht. Nein, 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 nein. Ach Mann, oh. Ja, die Kalamari sind toll, aber ich würde gerne... Da, genau. Oh. Fangzahnfisch. Ach stimmt, der hat vorne keine... Keine... Kein... Ähm... Dings dran. Was seid ihr? Ja, die Fangzahnfische. Sind die kleinen, die... Die länglichen hier? Nein, du bist wieder ein Kalamari, ich weiß. Hallo. Die Laternenfische. Okay. Oh. Da war was Großes. Okay. Oh Gott. Guck durch diese Fisch-Skelette da unten an. Ich bin auf einem Unterwasser-Elefanten-Friedhof. Auf einem Walfisch-Friedhof, wenn man es so nimmt. Ich wüsste gern, ob ich da unten irgendwas machen kann mit diesen Dingern hier. Damit kann ich interagieren, tatsächlich. Oh. Oh, was ist das denn? Das ist ja süß. Okay, also ich folge jetzt einfach mal hier dieser... Wartet ganz kurz. Wo geht denn diese komische Pipeline entlang? Da unten, da. Ziehe ich die Dinger auch noch an, oder was? Wollt ihr mich verarschen? Das Gefühl, ich ziehe die Dinger an. Nein! Ich komme da nicht vorbei. Ich möchte aber doch so gerne. Kann ich sterben? Ich hoffe nicht. Puh, okay, geschafft. So. Ausschalten die Scheißteile. Meine Fresse. Ich hoffe nicht. Oh. Okay. Oh. Ich habe das Gefühl, der Hai verfolgt mich. Okay. 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 Oh, was seid ihr denn? Hallo. Die sind ja süß. Oh. Was für coole Viecher hier rumlaufen. Oder schwimmen vielmehr. Das ist total cool. Oh, da sind doch noch welche. Ei, 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 ei. Wartet. Ich will da oben mal ganz kurz gucken. Hier. Da ist nämlich... Genau, da ist noch so eine Schnecke. Hallo. Hallo, Schnecke. Hallo. Ich glaube, hier sollte ich nicht lang. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Okay. Okay. Dann gehen wir doch mal hier durch. Ich will auch nicht weiter in diesem dunklen Ort bleiben. Das ist mir viel zu... Nee. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, sie sind überall. Oh nein, der Hai. Boah, eigentlich müsste ich dich ja da lassen, weil du meinen Roboterfreund gefressen hast. Aber so bin ich nicht. So bin ich wirklich nicht. Ich kann das nicht. Ich muss dich befreien. Los, schwimm weg. Bitte friss mich nicht. Okay. Okay. Ich mag die Dinger nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass ich einer derjenigen bin, die die auf diese Welt gebracht haben. Das finde ich nicht gut. Wahrscheinlich mache ich das jetzt einfach, damit ich irgendwie so eine Art Wiedergutmachung habe. Nee, das sind Blauwale. Wow. Wow, 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 wow. Wartet, schwimmt nicht weg. Ich will mit. Ich komme aber nicht hinterher, weil ihr seid zu groß und zu schnell. Muss ich euch hinterher? Ich schätze, ich muss euch hinterher. Aber ich sehe nichts. Ich habe so Angst. Ich sehe nichts. Oh, so eine Riesenkrake, oder? Hier muss ich irgendwo meditieren können. Irgendwo muss ich hier meditieren können, Leute. Da unten ist ja eine Schnecke. Hallo, Schnecke. Da unten ist, glaube ich, auch was zu meditieren. Genau. Oh. Cool. Beilfische. Oh Gott, sehen die unheimlich aus. Je weiter es in die Tiefe geht, desto unheimlicher wird es tatsächlich. Das sind Quallen. Ohrenquallen tatsächlich. Ich will zu den Blauwalen. Viparfisch. Oh, ah. Gib mir die Blauwale. Blauwale. Ich will zu den Blauwalen. Nein. Kommt doch zurück. Oh. Da, 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 da. Nein, 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 nein. Der Große, der Große. Den da. Da, den will ich. Nein. Ach, fu. Also diese Steuerung ist echt für den Arsch. Da. Ja, hallo. Riesenkalamar. Wo sind die Wale? Da sind die Wale. Hallo, Wal. Warum zum Henker gehst du jetzt in diese Richtung? Nein, ich will jetzt nur den Walen. Geh mir die Wale. Geh mir die Wale. Jetzt meine Fresse. Ich geh immer nach vorne. Nach vorne bedeutet, ich möchte zu den Walen. Ich glaub, ich kann zu denen nicht. Ach, okay. Ich habe ja die Hoffnung, dass das jetzt die Tiere sind, die ich als nächstes befreien werde. Also was heißt befreien? Befreien im Sinne von... Ne? Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Oh Gott, wieder dieser unheimliche Nebel. Aber da unten ist wieder so ein Dreiecks-Dings. Oh, ich habe Angst. Ich habe Angst. Richtig Angst. Das ist das Letzte, richtig? Ich glaube, das müsste das Letzte sein. Oh, ich bin so gespannt. Die Kalamare. Wow. Das ist so cool. Ja, da ist so ein komisches Dreiecks-Tor gewesen. So cool. Ich glaube, Wale gibt's da hinten. Da oben. Was ist das da oben? Sieht aus wie Metall. Oder sowas in der Art. Ich guck mal, ob ich hier hin kann. Ich häng mich einfach in einem Blau-Wal ran. Pott-Wal. Pott-Wal. Tschuldigung. Tschuldigung, es ist ein Pott-Wal. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Die Blau-Wale waren doch die, die für mich getanzt haben. Beziehungsweise mit mir. Okay, Sekunde. Wo geht's weiter? Da unten geht's weiter. Gut. Nächster Abschnitt. Und dann... ...war ist das quasi auch schon. Bin ich immer gespannt, wie es jetzt weitergeht. Wenn es überhaupt noch weitergeht. Wow! Oh mein Gott! Da ist der Hai! Oh Gott. Ich hab Angst. Ich hab so unfassbar Angst. Scheiße. Was mach ich denn jetzt? Oh Gott. Ich muss irgendwie versuchen, da durchzukommen, ohne zu sterben. Ich folge dem Hai jetzt einfach mal. Ich glaube, es ist gleich vorbei. Ich werde den Part jetzt nicht beenden. Ach du meine Fresse. Oh, das ist doch nicht euer Ernst. Oh, ich hab so Angst. Ich mach jetzt einfach weiter. Ach, hier werden diese kleinen Roboter hergestellt. Oh Gott, ich bin wirklich einer von denen. Ach du Scheiße. Oh, ich fühl mich gerade richtig mies, Leute. Und hier werden die Dinger hergestellt. Das hier. Oh Gott, jetzt erfahre ich als nächstes wahrscheinlich, dass irgendwo ich hergestellt wurde. Was ist das? Oh Gott, jetzt erfahre ich mich. Ich hab's nicht so wirklich verstanden, wenn ich ehrlich bin. Oh Gott, jetzt erfahre ich mich. Meine Scheiße. Ich glaube, an denen komme ich gar nicht vorbei, ohne geblitzt zu werden. Doch, schaffe ich. Wow. Was? Was, 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 was? Ich soll da durch. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Oh Gott, nein. Das kann doch nicht. Was, 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 was? Nein, 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 nein. Moment mal, die werden zerstört? Das ist wirklich das reinste Minenfeld hier. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Was war das? Und jetzt? Oh. Es geht immer noch weiter. Ich sehe ziemlich zerflittert aus. Oh nein, der Hai. Gute Arma. Wieder so ein Spiel, bei dem ich Bippe in die Augen kriege. Ach man, oh. Alter. Ich heule um dich, obwohl du meinen Roboterfreund getötet hast. Okay, ich kann es verstehen. Ich kann es wirklich verstehen. Oh, ich habe Flossen. Ach, die kriege ich hin und wieder. Was ist das? Wow. Wow. Wow.